Moin Freunde des Tycoons und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von PizzaFactory. Schon wieder alleine, ja ich weiß, blöd, blöd. So, das will ich gerne skippen, Dankeschön. Äh, ja. Wir sollten vielleicht mal in eine hirnlose Fabrik rein. So, unsere PizzaFactory. Und ich kaufe mir direkt die Dessertzutaten. Man kann ja aber sehr viel in dem Shop kaufen. Oh, es leckt. Hat's geklappt? Konnte ich es kaufen oder nicht? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Ne, Spaß. Okay, aber es sollte, glaube ich, geklappt haben. Ich habe jetzt ganz viele Dessertzutaten, glaube ich. Oh mein Gott, so viel. Ich habe keine Schokosauce mehr. Oh mein Gott, Alter, ich habe keine Schokosauce mehr. Das glaube ich ja nicht. Alter. Leute, in der Zwischenzeit könnt ihr auch gerne ein Like und ein Abo dalassen. Alles kostenlos. Ja, wenn ihr mehr von solchen Tycoon-Videos sehen wollt, würde mich riesig freuen, wenn wir bis Ende Jahr mal 50 Abos geknackt haben. Das sind ja nur noch 11. Telefon klingelt. Telefon klingelt. Hallo. Sweet Pizza zum Haus 6. Ähm. Sweet Pizza. Hä, bin ich blöd? Hä? Ah, hier oben. Take. So. Getaked. Dann gehe ich jetzt schnell hier rauf zum eine Pizza machen. Und dann können wir die Sweet Pizza ausliefern. Schokosauce, Streusel, Shortbread und Rumbarret. Colorful Pizza. 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 So, dann liefern wir die Pizza aus. Oder kann ich... Nein, kann ich noch nicht. Geile Lichter auf jeden Fall. Sweet Pizza zum Haus 6, habe ich gehört. Okay. Haus 6 ist, glaube ich, irgendwo hier hinten. Ja, dort hinten. Hier. So, da wären wir wieder. So, jetzt kann ich mehr Pizza machen. Nein, nicht ins Klo. Hier oben rauf. Mehr Pizza. Mit Gingerbread, Keksen, Erdbeeren und Schokosauce. Schokosauce. Community Pizza. Jetzt mit Jam. Jem. Chocolate Orange. Chocolate. Und Lemon Diesel. lemon pizza 41 jams das ist auch ein bisschen viel schoko soße erdbeeren extra zucker popping candy ja und popping candy so nice pizza und dann noch schoko soße das hier das hier und das hier die heißt creator pizza so mal schauen wie viele pizzas wir jetzt haben oh mein gott ist das viel leute alter ich sollte vielleicht wieder mal eine pizza löschen die braun pizza die lied und die gray pizza delete ich auch so ja du willst etwas ne hallo black pizza zum haus 3 die black pizza wo ist denn die black pizza hier black pizza haus 3 black pizza das klingt wie lag pizza ich kaufe mir wieder ein paar zutaten nein 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 denn wenn die alien zutaten ganz viel kosten dann bin ich froh wenn ich das geld die diamanten hier noch habe so gibt es irgendetwas zu tun oder zu kaufen hier habe ich keine zutaten mehr nice ich gehe mal nach oben employment wall und ein desk für 8000 wäre dann noch was ist hier drüben das check ich selber nicht donut lichter haben wir hier auf jeden fall na komm ich gehe noch mal die schokoladen zutaten kaufen dann geht es schneller hallo so alter das hat ja voll gerusht viermal schoko soße viermal rainbow sprinkles zweimal marshmallow ich klicke jetzt einfach random hier drauf so nicht mehr genug money und dann können wir auch schon wieder zurückgehen zurückgehen so so schokosauce custard nee ich will nur custard 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 marshmallows white chocolate und shortbread schokosauce schokosauce süßigkeiten schokolade schokosauce und candy 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 pizza mhm sirup das butter ding na dann die weiße chocolate und die marshmallows marshmallow jerzy g und da noch nein das lasse ich hier wieder mal oder wartet ja jetzt habe ich da Oh, ich habe zu viele Pizzas. Hm. Was lösche ich denn? Alle normalen Pizzas? Hm. Ich lösche mal alle normalen. Nein, dann habe ich hier unten wieder keins. Äh, Ryans Pizza muss ich leider löschen, weil die nicht viele Zutaten hat. Ähm. Was lösche ich denn noch? Ozeanpizza lösche ich. Die Soapizza lösche ich. Und dann lösche ich noch die... Was lösche ich noch? Ich weiß es nicht. Ich lösche nichts mehr. Ähm. Dann muss ich mich aber leider schon verabschieden, Leute. Das nächste Video kommt... Hm. Ich weiß nicht wann. Morgen, übermorgen? Äh. Ich habe jetzt wirklich gerade keinen Plan, wann das nächste Video kommt. Aber wenn ihr mehr von solchen Tycoon... Das ist ein Schokobrunnen. Wenn ihr mehr von solchen Tycoon... Kann ich nicht mehr sprechen. Wenn ihr mehr von solchen Tycoon-Episoden sehen wollt, lasst auch gerne mal einen Like da. Damit ihr nix mehr verpasst. Äh. Mann! Lässt doch gerne mal ein Abo da, damit ihr nix mehr verpasst. Und ein Like, wenn euch so solches Zeugs gefällt. Von meiner Seite gibt es nichts mehr. Von eurer Seite glaube ich auch nichts mehr. Ansonsten schreibt es mir in die Kommentare. Ryan hat mir schon ein Video kommentiert. Danke, Ryan. So. Das war... Das war ich mit dem... Das war Franz Floyd, das mit dem Pizza Tycoon, der eigentlich Tim heißt. Oder Leronin P90. Okay. Bye. 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 Bye.